Das ist doch nicht schlimm. Wo sitze ich immer nicht mehr? Aber gut, wir auch verlieren. Mit seinem Spiel habe ich da gesessen. Das ist sehr gut. Schade, das war nicht so. Es ist auch immer mehr Sonne auf. Entschuldigung von meiner Seite, aber ich hatte noch mal Gespräche mit dem Arzt und Physiotherapeuten bezüglich Dein Kamerfrau, die gerade trainiert haben. Wenn du gute Nachrichten mitbringst, ist das zu. Ja, der darf am Wochenende seine Aircast-Schiene abnehmen und hat jetzt zum letzten Mal für diese Woche an und danach dann wieder mit dem Blau-Trainings beginnt. Das ist eine gute Nachricht, dass wir glauben, dass er vielleicht in einem der Weihnachtsspiele im Optimistischen Spiel hat. Sommer. Sommer, Sommer. Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz des HC Rhein-Wikings im Vorfeld des 17. Spieltags der 2. Handball-Bundesliga. Am Samstag um 19 Uhr empfangen die Vikings hier im Castello den TVM Stetten, den aktuellen Tabellenzehnten. Die Vikings sind derzeit auf Rang 12 geführt. Rund um die Partie wird es aber eine große Aktion geben, nämlich den School Meets Handball, beziehungsweise die School Meets Handball-Aktion. Aus diesem Grund haben wir auch heute unseren Geschäftsführer René Witte hier. Zu meiner Linken. René, kannst du vielleicht ganz am Anfang ein bisschen skizzieren, was steckt hinter dieser Aktion, wie ist die bisherige Resonanz und worauf dürfen sich die Leute am Samstag freuen? Ja, auch von mir. Schönen guten Tag. Ja, wir haben das ins Leben gerufen, natürlich um den Handball in Düsseldorf und im Rheinland bekannter zu machen. Wir wollen diese Aktion zweimal in der Saison durchführen. Einmal in der Hinrunde, das ist jetzt gegen Emstetten am 17. Spieltag der Fall und dann noch in der Rückrunde. Dort planen wir gerade den Termin und hoffen, dass wir den noch bis Weihnachten dann auch rausgeben können. Da gibt es ja mehrere Faktoren, die man so ein bisschen beachten muss. Ziel war eigentlich, dass wir Eltern, aber vor allen Dingen auch Schüler von allen Schulen aus dem Rheinkreis, aus Neuss und vor allen Dingen auch aus Düsseldorf mit den Lehrern dazu bewegen, sich einmal Handball anzugucken und haben dann ein Angebot gemacht für zwei Euro pro Besucher, ob es ein Elternteil ist, ob es ein Trainer ist, eines Vereinsmannschaften, Vereinsmannschaften zählen genauso dazu oder ob es Lehrer sind, Schüler, alle kommen für zwei Euro pro Person am Wochenende ins Kastello und können sich unsere Mannschaft angucken. Und wir hoffen natürlich, damit wir bekannt werden, bekannter werden, damit wir diesen Sport nach vorne bringen und damit wir auch natürlich die ein oder andere Kooperation weiter mit Schulen schaffen. Rund um diesen School Meets Handballtag haben wir mehrere Sachen gemacht, ein paar Mitmachtaktionen. Wir haben zwei Co-Moderatoren, zwei Schüler, die mit dem André Scheidt zusammen die Co-Moderation während des Spiels machen. Wir haben zwei Reporter, die mit unserem Pressesprecher vor und während des Spiels mal durch die Reihen gehen, Interviews führen. Wir haben einige andere Sachen noch gemacht. Wir haben eine Gewinnspielaktion, wo man als ersten Preis im Unterricht und Trainingsbesuch durch unsere Spieler mal erfährt oder man kann sich mal eine Kabinenführung abholen. Also wir wollen so ein bisschen das Innenleben der Vikings zeigen, wollen das den Schülern nach oder wollen das den Schülern nahe bringen und wollen sich natürlich auf diesen Sport hinweisen, bekannt machen, begeistern und hoffen, dass wir da auch in Zukunft immer mehr Leute in die Halle bekommen. Finde ich eine gute Aktion. Es sind sehr, sehr viele Anmeldungen sind gekommen. Noch kann man sich anmelden für Kurzentschlossene. Da kann man das tun und man kann auch an der Abendkasse mit Schülerausweis und sonst was oder wenn man Lehrer ist und bringt seine Klasse spontan mit, kann man auch noch reinkommen. Aber wir sind das erste Mal, das kann man auch sagen, am Wochenende vierstellig. Soweit ist der Vorverkauf schon gediegen und die genauen Zahlen kann ich auch erst am Samstag nach dem Spiel weitergeben und auch erfahren. Insofern freuen wir uns auf die Aktion, hoffen, dass wir ein gutes Spiel sehen und hoffen, dass die Jungs alles raushauen, um uns so zu begeistern, die Leute so zu begeistern, dass sie wiederkommen. Ich denke, dafür haben sie in den letzten Wochen auch wirklich gute Werbung gemacht und ich hoffe von den Fans, die uns an dem Tag besuchen, dass sie uns richtig unterstützen und dass wir in den letzten Wochen auch gute Stimmung zu Hause haben. Ja, vielen Dank, René. Dann kommen wir doch mal gleich zum sportlichen Trainer Kevin Klatt. Zu meiner Rechten muss ich natürlich auch noch vorstellen. Kevin, ich glaube, das Heimspiel jetzt am Samstag verhält sich ein bisschen so wie das Spiel am letzten Spieltag, denn es geht gegen einen unmittelbaren, in der Tabelle unmittelbaren Gegner, der allerdings doch eine große Stärke mit sich bringt, oder? Ja, hallo von meiner Seite. Ja, wir spielen mit Emsstetten gegen eine wirklich starke Mannschaft aus der zweiten Liga, die mit viel individueller Qualität bei uns anreisen. Haben, wie ich finde, auch wieder einen sehr, sehr guten Torhüter. Ich sehe die Gesamtstärke bei Emsstetten eher im Angriffsspiel als im Abwehrspiel, wie das vielleicht bei Nordhorn jetzt der Fall war. Und ja, für uns geht es darum, die Sachen, die wir uns unter der Woche jetzt erarbeitet haben, mit in das Spiel zu transportieren. Wir haben in der Woche jetzt wieder ein bisschen nach dem Nordhorn-Spiel ein bisschen angezogen im Training. Man hat gemerkt, die Intensität war höher. Die Spieler sind heiß auf das Spiel und das freut mich als Trainer natürlich. Und ich hoffe, dass wir genau diese Stimmung aus dem Training dann auch mit ins Spiel nehmen können, um dann hier zu Hause auch ähnlich wie gegen Wilhelmshaven richtig Beton anzurühren und ja, was Zählbares hier mitzunehmen. Ja, Dankeschön. Kevin, eure Fragen, bitte. Ja, Kevin, wenn man nur die nackten Zahlen sieht von dem Auswärtsspiel jetzt, dann kann man ja sagen, Abwehr war soweit wieder okay, weil so viele Gegentore habt ihr nicht geschluckt und nur vorne war ein bisschen wenig von der Ausbeute her. Würdest du das so unterschreiben und was waren dann da die Gründe dafür oder wie kann man das jetzt wieder besser hinkriegen? Ja, ich würde das teilweise unterschreiben. Ich war auch mit unserer Abwehr nicht zufrieden. Das muss ich auch deutlich sagen, auch wenn wir nur 23 Tore bekommen. Unser Gesamtauftritt in Nordhorn hat nicht gepasst, um in Nordhorn was Zählbares mitnehmen zu können. Das haben wir aber im Vorhinein gesagt. Wir müssen am Limit beziehungsweise am Optimum spielen. Das ist uns an dem Tag nicht gelungen, aber das halt sowohl in der Abwehr als auch im Angriff nicht. Es ist in der Abwehr nicht so aufgefallen, weil von den nackten Zahlen haben wir nur 23 Gegentore bekommen, aber da waren ganz viele Unnötige und Ärgerliche dabei. Aber sicherlich ist es so, wenn man nur 15 Tore auswärts wirft, dann kann es im Angriff auch nicht gut gelaufen sein. Und das war an dem Tag auch so. Wir haben zu viele technische Fehler gemacht mit 16 an der Zahl. Das haben wir in den letzten drei Spielen davor nicht zusammen gehabt. Das haben wir da an einem Spiel gemacht und auch unsere Wurfquote war schlecht. Warum kann das jetzt besser sein oder warum wird das besser sein am Wochenende? Das ist halt auch so. Es ist ganz normal, dass wir auch mal schlechtere Spiele haben oder dass man nicht jedes Wochenende am Limit spielen kann. Und ich hoffe jetzt einfach, dass wir das zu Hause hier wieder hinbekommen, in heimischer Halle und vor den eigenen Fans das besser machen. Wie gesagt, man merkt so ein bisschen von der Stimmung, von der Intensität im Training, dass die Jungs auch heiß darauf sind, das besser zu machen. Ich glaube, die wissen das auch selber. Und ja, ich bin da wirklich optimistisch, dass uns das auch gelingen wird gegen Amstetten. Weitere Fragen? Gibt es denn irgendwelche Überlegungen, taktisch was zu verändern? Du hast zwar eben schon gesagt, Stichwort Beton anrühren, aber wird offensiv denn dann irgendwas anders gemacht oder anders angegangen? Ja, jetzt die genaue Taktik zu sagen, wäre natürlich ein bisschen früh für den Gegner. Die sehen wir dann am Samstag. Aber grundlegend ist es so, dass wir auch gar nicht so große Möglichkeiten haben, jetzt so viel zu verändern. Das muss man klar sagen. Wir haben in Amstetten hätten wir gerne mit dem siebten Feldspieler gespielt. Das haben wir einen Angriff machen können. Dann hat Theo Koric die rote Karte gekriegt und dann war das passé. Das ging nicht. Das ist vielleicht noch ein Mittel, was wir fürs Wochenende mit dazunehmen. Und ja, ansonsten werden wir dann im Spiel gegen Amstetten sehen, was wir uns haben einfallen lassen. Spielt das denn auch eine Rolle, dass jetzt eben durch diesen School Meets Handball Day doch eine ganze Menge mehr Leute da sein werden? Ich nehme an, die Kids werden auch ordentlich Terror machen und so. Spornst du das nochmal zusätzlich an? Ja, ich denke ja. Als Sportler freut man sich natürlich, wenn man vor mehr Publikum spielen kann. Und man hat ja auch immer eine gewisse Vorbildfunktion, gerade Kindern gegenüber. Und das hoffe ich auch, dass die Jungs daran Interesse haben, die Kinder auch für den Handballsport zu begeistern und den Kindern vielleicht auch die Werte mitzugeben, die uns so ein bisschen ausmachen. Kampfstärke hier zu Hause, Emotionen. Das so ein bisschen vom Feld auf die Zuschauer zu übertragen und das dann vielleicht auch andersrum, so wie du jetzt gesagt hast, dass die dann auch Terror machen und uns unterstützen, das wäre schön. Musstest du die Mannschaft irgendwie besonders aufrichten nach der Niederlage oder war es vielleicht eher sogar so, dass man das relativ schnell abhaken konnte, weil acht Tore Unterschied am Ende dann auch auf der Anzeigetafel standen? Ja, also man ist da so ein bisschen zwiegespalten. Ich habe gesagt, man muss auch lernen, solche Niederlagen realistisch einzuschätzen, gerade auch nach so einer Serie, die wir jetzt hatten, wo man dann auch wieder merkt, jeder glaubt noch mehr daran, sage ich mal, da was mitnehmen zu können, was ja erst mal gut ist. Haben wir das dann aber, wie gesagt, realistisch eingeschätzt und mir ist es dann auch lieber, wir verlieren mal in Nordhorn mit acht Toren als drei Spiele mit einem Tor. Das haben wir auch in der Analyse dann so festgestellt oder auch so gesagt und haben uns dann auch sofort wieder auf uns konzentriert, fokussiert und versucht, den für uns richtigen Weg zum Wochenende hin einzuschlagen. Denn für uns ist es ja normal, auch in Nordhorn zu verlieren und das habe ich auch nach dem Spiel gesagt, kein Beinbruch. Also das ist überhaupt nicht schlimm. Das Einzige, was mich halt ein bisschen geärgert hat, dass wir so 15, 20 Prozent unter unseren Möglichkeiten geblieben sind, was wir hätten machen können. Denn wenn man 100 Prozent gibt und jeder von sich sagen kann, ich habe heute an meinem Limit gespielt, ich habe alles aus mir rausgeholt und du verlierst am Wochenende, dann kann man noch besser, finde ich, damit umgehen und kann sagen, okay, es hat heute nicht gereicht, als wenn man sagt, da waren aber noch Kapazitäten frei und wir hatten noch ein bisschen Luft an der einen oder anderen Stelle, um dann zu sehen, wer dann tatsächlich oder ob wir dann hätten am Ende tatsächlich gewinnen können. Das war nicht so. Das muss uns auch besser gelingen gegen diese Topmannschaften. Aber insgesamt, wie gesagt, haben wir das schnell abgehakt und uns auf Amstetten fokussiert. Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann danke ich allen für das Kommen. Ich weise noch einmal darauf hin, School Meets Handball, die große Aktion im Rahmen des kommenden Heimspiels der Vikings am Samstag um 19 Uhr gegen den TV Amstetten. Anmeldungen sind noch bis Freitag möglich, aber auch an den Abendkassen können Interessenten noch gegen Vorlage des gültigen Ausweises Tickets für 2 Euro erwerben, tolle Mitmacheraktionen, Gewinnspiele, alles, was unser Geschäftsführer Herr Witte schon gesagt hat. Bis dahin, alles Gute und Tschüss. Danke. 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 Vielen Dank.